Video 3 – Wie man den Tracker benutzt Hallo, in diesem Tutorial werden wir den Tracker kennenlernen, den in Sunvox integrierten Pattern-basierten Sequencer. Bis jetzt haben wir zum Abspielen eines Moduls die Tastatur benutzt. Der Sequencer oder Tracker ist in unserem Fall der Teil der Software, der uns erlaubt, diesen Prozess zu automatisieren, in dem Events für unsere Module festgelegt werden. Wenn also die Synth-Module unsere Instrumente repräsentieren, können Sie sich den Sequencer wie eine Partitur vorstellen. Unser Sequencer hat momentan 32 Zeilen oder Stufen, die mit zwei Takten im Viervierteltakt korrespondieren und nur eine Spalte. Das bedeutet, wir können nur die Anweisung geben, ein Modul über zwei Takte zu spielen. Lassen Sie uns versuchen, eine einfache Melodie für unseren Analog Generator aufzuschreiben. Zuerst wählen Sie das Modul aus, für das Sie schreiben wollen und klicken auf dieses Icon, um den Tracker freizuschalten und die Möglichkeit zu haben, Noten hereinzuschreiben. Um eine Note in den Tracker einzutragen, können wir die Tastatur benutzen. Wenn Sie die Buttons Oct- und Oct-Plus drücken, können Sie die Tastatur verschieben, um verschiedene Oktaven repräsentiert zu bekommen, wie Sie auch anhand der Nummer neben den Notennamen auf den Tasten erkennen können. Um die Noten in die richtigen Tracker-Slots einzufügen, können Sie die Finger benutzen, um diese herüberzuziehen. Oder Sie können die Pfeile benutzen, indem Sie sie freigeben, wenn Sie diesen Button hier drücken. Nun können wir unsere erste einfache Melodie schreiben. Sobald Sie dies abgeschlossen haben, können Sie den Playback-Button drücken, der ein P hat, um das, was Sie geschrieben haben, hören zu können. Sie können sehen, dass der Tracker sich nach unten bewegt und jedes Mal, wenn er eine Stufe erreicht, diese hervorhebt, so dass wir genau wissen können, an welcher Stelle der Partitur wir uns zu einem gegebenen Moment befinden. Jede Säule oder Track enthält vier Arten von Werten. Benutzen Sie Ihre Finger oder die Pfeile, um zwischen diesen hin und her zu scrollen. Der erste Slot enthält diejenige Note, die Sie spielen wollen, welche man über die Tastatur eingeben kann. Der zweite korrespondiert mit der Oktave der eingegebenen Note und kann einfach über diesen Reiter editiert werden, der das Fenster ersetzt, sobald wir diesen spezifischen Slot auswählen. Der dritte Slot ist zurzeit noch leer und er enthält einen Velocity-Wert, der definiert, wie laut die Note gespielt werden soll. Wenn keine Note zugeordnet ist, wie jetzt zum Beispiel, wird diese Note mit maximaler Lautstärke abgespielt. Lassen Sie uns einen anderen Velocity-Wert für die Note eingeben, die wir bereits geschrieben haben. Die Lautstärke kann über diesen Reiter hier eingestellt werden. Die letzten Werte korrespondieren mit der Modulnummer, die wir gerade spielen. Sie haben sicherlich bemerkt, dass jede Note so lange klingt, bis die nächste angeschlagen wird. Diese Beschränkung können wir übergehen, indem wir eine Note ohne Event einfügen, indem wir auf Off klicken. Sobald der Tracker freigeschaltet wurde, können wir über den obersten Reiter andere Aktionen ausführen. Löschen Sie eine Note, indem Sie Dell klicken. Inns, um alle nachfolgenden Noten einen Schritt vorwärts zu schieben. BCK tut genau das Gegenteil. Lassen Sie uns versuchen, ein neues Modul hinzuzufügen, um so zu sehen, wie man mit dem Tracker umgeht, wenn man Abspielinformationen zu mehr als einem Modul gesendet hat. Ich nehme einen DrumSynth, der ähnlich zu unserem Analog Generator ist, abgesehen davon, dass dieser spezifisch gedacht ist, um perkursive Klänge zu erzeugen. Um einen Track zu unserem Tracker oder Sequencer hinzuzufügen, müssen wir dieses Menü auswählen. Hier können wir eine Menge verschiedener Aktionen auswählen, die wir mit dem Tracker ausführen können, doch das werden wir uns später noch genauer ansehen. Für diesen Moment wählen wir Pattern Properties. Diese Schaltfläche enthand alles, was mit dem Tracker zu tun hat. Wir können diese individuell benennen. Fügen Sie mehr Tracks hinzu, ist das genau das, wonach wir gesucht haben. Ich habe zwei geschrieben, weil wir zwei Instrumente kontrollieren wollen. Wir können Zeilen oder Stufen hinzufügen. Ich habe 16 gewählt, sodass wir nun einen Takt aus 16 Sekundenschritten haben. Wir können die ganze Schrittsumme und ihren Inhalt halbieren oder verdoppeln. Jedes Pattern ist einem gespielten Icon zugeordnet. Wenn wir dies anklicken, können wir seinen Inhalt editieren. Dies wird in unserem nächsten Tutorial sinnvoll sein, dass der Timeline gewidmet sein wird. Also können wir es in diesem Moment außer Acht lassen, da es keine Auswirkung auf den Gesamtklang hat. Lassen Sie uns zum Tracker zurückkehren und auch noch ein paar Noten für den DrumSense schreiben. Jetzt können wir den Inhalt des Trackers anhören. Okay, wie Sie gehört haben, wird ein Pattern, das im Tracker erstellt wurde, als Loop gespielt. In unserem nächsten Tutorial werden wir sehen, wie durch die Timeline verschiedene Loops zusammen eingerichtet werden können. Okay, wie Sie gehört haben, wie Sie gehört haben,